Ein da! Ein da! Ach du Scheiße, ist das laut! Ich seh' nichts mehr. Ah! Moin und herzlich willkommen zurück zu Auf-Meinem-Zweig-Kanal, Herr Rother. Ich bin Bios Rother für den Kanal von Herr Rother und herzlich willkommen zu GTA Story Mode. Und wir starten jetzt mal direkt in die nächste Folge ein. Wir beginnen mit einer neuen Mission, die theoretisch hier starten soll. Können wir hier reinfahren. Ich bin Bios Rother. Oh nein, ich weiß wieder, aber ich weiß wieder, was das war. Das ist die ultralangweilige. Spaß. Go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you. What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides, just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah. No, I just want you to do something. Besides, sit there eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Dad. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Hey, what things? I don't know. Uh, go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. Okay, dad. I got just the thing to show you. Can I just run? Schade. Begib dich zum Fahrradfahrerlei. This day was going so well until you showed up. You know that? Witzig. Steige ein, du. Careful. Now you're lucky to even be allowed out of the house after that boat start. I'm going gray listening to this crap. Station change. Oh, hella yeah. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-based? Don't push me. Seriously, some guys borrow your bow. Borrow? You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. Look out. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm going to let some guys ride off with my son? Look. I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another. Right? Ah, witzig. I always thought I was the good guy. God, help the morally bankrupt planet, your generation have left us. If you're the... Watch it! You're the good guy. Yeah. Anyway. I always knew you're the kind of person who didn't let other people get in the way. Oh my God. I hadn't like seen that happen before. Yeah, well. That's me, G. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years. But that was an extreme fucking situation. And I had that. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well. I had to. Ah, ja. Witzig. Yeah. Keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Oh, die Fresse. Ich werd mal kurz zwischendurch hier in mein... Oh, crap. Ja, sorry. Das ist eine Bedingung. Muss ich noch lernen. Ich muss mal hier zwischendurch mal in meinen Twitch-Chat reinschauen. Jetzt in meinen Stream. Ja, 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 ja. Steig doch nicht mit aus. Oh, rein da wieder. Ich muss jetzt einmal nachschauen. Scheiße. Scheiße. Dö, 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 dö. Im Verhältnis zu dem anderen Scheiß bin ich absolut belaut. so so mach mal so vielleicht habe ich doch auch ein bisschen bessere qualität sorry kannst du die Fresser nein ich höre ich ziemlich laut gerade meine Güte geht ab ab zu Venice Beach Bikeverleih habe ja sonst nichts zu tun Dicker hier ist eine normale Straße beruhig dich nichts Peck und kein Bike Take your pick I'll take this one Let it go let it go let it go End of the pier fine but if you lose you're gonna do something with your life give it up dad it was going on you got to see in this kind of condition a trail pfff pff pff pfff pff 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 pf 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 Die Scheiße weg. Schau mal voran. Alter, das ist doch langweilig. Wie soll das so? Ich meine, guck mal, wenn ich renne, bin ich schneller. Ja, spannend, ne? Sehr, sehr spannend. Wundervoll. Das ist so... Ich bin gerade mal. Das ist so gut. Ich komme absolut Ich bin gerade nicht klar, was hier los ist Ach, mit Controller geht es auf einmal? Was soll denn der Quatsch? Oh, ich hätte Controller benutzen sollen, ganz im Ernst Ja, jetzt muss ich wohl einen neuen Fernseher kaufen, das ist ja echt traurig Das ist es, Nr. 1, pal, du, oder ich, die TV Hey, ich habe nie gehört, das ist You know, das ist echt schön, dad Bonding, gute Zeiten Ja, ich gebe es meine beste Chance Hey, wir haben Spaß, oder? You wouldn't know fun if it sat on your face Ah, come on I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV You don't talk about your sister that way Well, I'm sorry, but it's true I mean, according to her Life Invader page She's hanging out with producers and porno guys this afternoon What are you talking about? Actually, it's all happening right out there What? That boat that makes yours look like a refugee raft You know the kind of boat The one that makes a young, impressionable girl Drop her pants and spread her legs This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck Ha 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 Geil So, then we just put the LTIs out Huuuuuuuut Schüüüüü... Schönen Tönen 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 das ist eine sehr spannende Mission bis hin die Medizin das ist ein der das die 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 Warte mal, warte mal, warte mal. Kann man... Wie weit geht der Dialog eigentlich zurück? Aha. Los! Rein da! Ach du Scheiße, ist das laut. Seh nichts mehr. Das ist einfach Los Santos. Da kannst du nichts dran machen. Das ist einfach so. Das hab ich nicht gesehen. Ich hab's einfach nicht gesehen. Ach du Scheiße. Ah. Ich schenke die Verfolger ab. Warum schickt er mir die ganze Zeit Inweis für Multiplayer? Ja. Los Santos. Los, Scheintos, Los, Scheintos. Ich weiß es nicht. Gute Frage, ich weiß es nicht. es gibt ja irgendwie einen punkt wo ich hin muss ich glaube ich habe sie verloren ich werde sterben sie sind weg ich werde sie zurück ich kann sie zurück ich konnte einen implant es ist nicht okay es ist schade ich kann nicht glauben du hast das gemacht Alter 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 Tante As ich war ein Der ist auf der anderen Seite, Frau P, willst du mich jetzt verarschen? Los, ab ins Sand los. So, was? So schnell? Na, ne, es geht schon ein bisschen länger, glaube ich. Naja, und dafür sind wir da, um das zu ändern. Und das war's jetzt auch schon wieder mit diesem wunderbaren Video, wenn sie euch nicht gefallen hat, dann... Mal, lassen wir es einfach. Video heißt wahrscheinlich irgendwie, äh... Radtour wird komisch.